Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo David! Hallo! Argentinien oder Italien? Argentinien, 10 Prozent. Argentinien oder Deutschland? Argentinien auch. Heimat. Messi oder Maradona? So schwer war es jetzt. Messi oder Battistuta? Wow, das war schwer für mich. Ich war jung und liebe Battistuta. Die ganze Familie immer gucken. Battistuta spielen in Valentina und Roma die ganze Karriere. Nicht für den Fußball, aber für die Liebe nicht. Battistuta oder Crespo? Nein, Battistuta. Battistuta ist immer der Nummer eins in meinem Haus. Battistuta oder Alex Meyer? Auch Battistuta. Alex ist top, aber Battistuta ist mein Lieblingsspiel im Fußball. Matte, Tee oder Kaffee? Manchmal Matte, manchmal Kaffee. Ich denke, einmal pro Tag brauche ich einen Espresso. Und ich brauche auch ein bisschen Matte zu trinken. Deswegen brauche ich beides am Tag. Mach mal deinen Torjubel. Puh! Ich habe keine. Ich habe nicht so viele Tore gemacht. Aber wenn ich ein Tor mache, ich vergesse alles. Ich bin nicht so oft bei mir. Deswegen habe ich einfach Jubel mit dem Herz. Getafe oder Basel? Basel, Basel. Ich war vier Jahre da und Getafe war kurzer. Basel oder Hoffenheim? Ja, hoffentlich sind es mit mir in Deutschland gekommen. Aber auch vier Jahre, viele Titel, viele Leute kennen da. Deswegen etwas. Basel oder Frankfurt? Ja, das ist kein Ort hier in Frankfurt. Ich habe gesagt, das ist für mich mein zweites Haus. Die Stadt, die Fans, dieser Verein ist überragend. Es gefällt mir wie in Argentinien. Aber nur fehlt dieses Fleisch hier in Frankfurt. Ja, gutes Stichwort. Steak oder Schnitzel? Schnitzel ist Steak. Deswegen Steak. Medium oder Well Done? Medium. Ich mache Medium, aber ich selbst koche. Ich gehe raus. Deshalb koche ich für mich. U20 Weltmeistertitel oder Pokalsieg 2018? Ja, Pokalsieg ist für mich mein bestes Sieg in der Karriere. Ich habe mir Gedanken und dann manchmal schauen, nicht das Finale, aber das letzte Tor von Mijat. Für mich ist das mein lieblendes Moment in meiner Karriere. Weil Mijat laufen alleine zum Tor. Ich schaue in den Eier. Das war diese Händelhaut. Ich habe auch jetzt. DFB-Pokal oder Europa League? Es ist schwer zu sagen. Beide sind für die Fans wichtig. Aber ich war meistens Pokalmeister und wollte Europa League. Europa League oder Bundesliga? Bundesliga. Unbedingt Bundesliga. Summe das Lied, was dir als erstes in den Kopf kommt. Von Argentinien. Wie geht der Song? Ich kann nicht singen. Es ist so schlecht. Aber Gonza kann es besser als ich singen. Es ist Perra, Los Palmeiras. Buch oder Fernsehen? Buch. Buch. Krimi oder Biografien? Krimi. Ich mache das. Boca Juniors oder River Plate? Für mich sind beide gleich. Ich bin Fan von Independiente. Und deswegen ist es egal. Weil River oder Boca sind beide große in Argentinien. Und das interessiert mich, weil ich gut Fußball spiele. Es ist egal, wer gewinnt. Krafttraining oder Laufeinheit? Lauf. Ich mache nicht Kraft. Party oder Chillen? Chillen. Mit Freunden. Marco Rus oder Gonzalo Paciencia? Es sind ganz andere Spiele. Ein ganz anderes Typ. Ich verstehe. Richtig gut mit Marcos und Gonza. Aber Sprache, ich liebe Gonza. Dein zweiter Name ist ja Angel. Ja. Engel oder Teufel? Engel. Elfmeter verursachen oder Torchancen zulassen? Ich kann schwer zu sagen, aber Elfmeter. Ja. Alfonso oder Alfonso? Ja. Mein Wert ist Nummer eins in meinem Leben. Zeige, was du für Frankfurt empfindest. So. Ist das richtig? Ja, genau. Dankeschön, David. Bitte.